Seid gegrüßt, Freunde der virtuellen Sonne. Ich habe natürlich nicht den geringsten Schimmer, Steine, wo wir hier Fashion Souls herkriegen so früh, denn ich bin hier nicht so firm wie in Dark Souls 1, 2 oder in Demon's Souls oder in Bloodborne. Im Grunde ist das ja hier mein, also das hier habe ich jetzt dreimal gesehen. Einmal in G+, und dann in meinem ersten Durchlauf, und nun eben hier. Allerdings, oh, ich sehe schon. Allerdings habe ich mir nicht gemerkt, wo ich heiße Sachen herkriege. Ich finde das interessant. Die brauchen nur zur Seite gehen, und die Pfeiler haben hier so schlechtes Tracking, dass ich sie verfehle. Das ist eine sehr interessante Angelegenheit. So, wie auch immer. Wie auch immer. Hier finden wir... Was ist das? Hier war irgendwo eine helle Barbe. Ich glaube, die lag hier vorn rum. Wie dem auch sei, wir bewegen uns erstmal hier. Guck mal kurz, was wir haben an Items. Nichts, was mir wirklich helfen würde. So, der erste Mimic im Spiel, gleichzeitig auch die erste Drohe, was ziemlich interessant ist. Dass der erste Mimic gleich die Drohe ist. Dass die erste Drohe gleich ein Mimic ist. Verursacht wohl viel Schaden, habe ich gehört. Das ist jetzt nicht super schwierig. Normalerweise zumindest. Okay, ich muss ein bisschen aufpassen. Weil das alles sehr knapp hier gebaut ist. Und die Kamera hat natürlich gewisse Probleme in engen Räumen. Das kennt ja jeder Solspieler. Okay, das war's mit dir. So, abgeründige Streitachs bekommen. Das ist natürlich ein klares Upgrade hier für unseren Charakter. Das ist auch eine Menge Schaden und darüber hinaus Dunkelschaden. Wir können sie zweihändig nutzen. Und das werden wir erstmal auch tun, weil unser Banditen-Massi hier in der Gegend nicht gewissartig weiterhelfen. In der nächsten Lüge. Oh, da bist du ja. Ja, das ist ein gewaltiger Schadensunterschied hier. Interessant. So, okay. Dann bewegen wir uns mal weiter. Ich kann immer noch gut rollen. Ja, ein Item. Ich bin mir nicht sicher, was das ist. Vielleicht nicht gut. Brandbomben. Okay, alles klar. So, dort geht es weiter. Hier hinter mir sind ein paar Diebe, die mich töten wollen. Oder Assassinen. Ass-Ass-Innen. Dich hauen wir hier runter. Ich werde nicht verfolgt im Moment. Wow. One-Shot. Danke. Finde ich ja gut, ne? So, den können wir töten, bevor er mutiert. Genau. Das wäre nämlich so eine schwarze, riesen Monster-Masse geworden, wie auch unser Freund Jurek Segundir. So, Kristallechsen laufen immer in die Gegenrichtung zu einem. Das heißt, er wird hier nicht runterfallen an dem Punkt, wenn ich mich von hinten anschleiche. Und du droppst mir einen kruden Edelstein. Eine krude Waffe bringt mir jetzt nicht super viel. Aber ist nicht ganz so schlimm. So, dann bewegen wir uns hier runter. Das war knapp. Ich stecke ihn hier weg. Okay, dann hat das funktioniert. Der Finsterschaden hilft uns relativ viel hier. Denn am Anfang hat natürlich der Großteil der Gegnerschar hier relativ wenig Resistenzen gegen Elementar-Attacken. Wir haben hier einen. One-Shot, interessant. Hier ist auch einer drin. Genau, hier drin. Das ist ein Band für Assessinen. Ehrlich ist, schnelles Park, das einen gerne staggert. Und dort hinten haben wir den Lovewreck-Retor. Mit einem Großschild und einem Speer. Hier hinter ist... Oh, hier haben wir ein Jäger-Amulett bekommen. Alles klar. Wir könnten jetzt ein Mimic zum Beispiel seiner Habe berauben, ohne ihn bekämpfen zu müssen. Wir wollten Schildschlag einsetzen. Ist ihm nicht gelungen. Er war zu langsam. Kein Drop für uns. Hier unten haben wir einen geflügelten Ritter ohne Flügel. Mit dem werden wir uns nicht anlegen. Der wird uns ein paar Probleme bereiten sonst. Okay. Ah ja, ich entsinne mich. Hier war eine Estus-Scherbe irgendwo. Hier finden wir... Kann ich da rüber gehen? Ja, kann ich. Gut, ein Item. Dort ist ein Gegner. Direkt unter uns. Ach, da vorne. Alles klar. Okay, wir waren schnell genug. Ist ziemlich dunkel hier bei mir. Ich hab die Packen nicht gekauft. Breit schwer erhalten. Ist eine schöne Waffe. Aber der finster Schaden, den wir hier im Moment verursachen, ist ein bisschen praktischer. Versuchen hier mal leise zu sein. Und unsere neuen Freunde mit unserer Feuerkraft vertraut machen. Überraschenderweise habe ich... Ah ja, schön. Überraschenderweise habe ich weitergeworfen, als ich dachte. Beim ersten Mal. Da tat es nämlich noch weh. So, da hinten ist noch einer. Ich hoffe mal, ich treffe das Fass. Nee. Jetzt habe ich es getroffen. Prima. Das ist eine sehr, sehr nützliche Angelegenheit, dass ich die damit ausschalten konnte. Ich würde ihn ganz gerne hier zum Fass locken. Okay. Ich habe dich vergessen. Da ist mein Fass zerstört, glaube ich, ne? Alter Fragit. Nee, hat er nicht. Okay, alles klar. Das funktioniert. So, wir heilen uns mal kurz, denn ich bin ein bisschen... Oh, fuck. Das weiß ich nicht. Was machen wir mit dir? Dann müssen wir mich bekämpfen, oder? Ah, war zu weit weg. Okay. Das kriegen wir hin. So stark kannst du nicht sein. Der Tracking ist gut. Und ein Hund. Na, super. Ja. Der Hund muss unbedingt weg. Der ist super nervig. Was machen wir mit dir? Das Zeit haben wir noch. Bisschen ist noch. Bist du, dann holen wir uns die erste Scherbe und einen Schlüssel, den wir brauchen. Was hat sich denn hier gelohnt? Okay, alles klar. Prima. Done. Bye. Und adios. .